General Ritter von Greim, ich ermenne Sie hier mit zum Oberbefehlshaller der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum General-Weltmarschall. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwächen. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepuff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampe in jeder Außenseite als Gemeinschaftsfremdtod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen bei Radotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter all ausgerechnet Himmler. Getreust in der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speyer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Günstler. All die anderen, ja, 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 ja! Aber Himmler. Ja, ist der Welt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir, Fägelein! Mein Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort sein Bericht! Gott!